Hallo und herzlich Willkommen. Es ist leider schon etwas später, aber ich wollte einfach noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar habe ich jetzt einen Twitter-Account und den erreicht ihr einfach über CrossingWolfi, so wie eben der Kanal heißt. Und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Twitter habt. Und sollte ich vielleicht in Zukunft nochmal für 8 Monate inaktiv werden, werde ich das natürlich dort auch ankündigen und dann vielleicht mal Bescheid geben, damit nicht nochmal sowas vorkommt wie das letzte Mal. Und ansonsten wollte ich mich einfach nochmal bedanken, denn ich hätte nicht gedacht, dass meine ersten beiden Videos direkt wieder über 100 Aufrufe bekommen. Denn ehrlich gesagt, es sind ja die letzten Videos schon ziemlich lange her und dass ich da noch mehr als 100 aktive Abonnenten habe. Und selbst wenn es nur 50 sind, dann bin ich darüber immer noch ziemlich glücklich. Und auch die Like-Zahlen haben mich eigentlich ziemlich beeindruckt, bis auf 3 Dislikes. Aber ich denke, das wird sich dann auch mit der Zeit einfach relativieren. Und ja, das hat mich eigentlich ziemlich motiviert. Also ich hoffe auch, dass das jetzt so ein bisschen weiter geht und mal schauen, wie das Ganze jetzt noch läuft. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Es waren auch wieder die ganzen alten Leute, die sonst auch immer Kommentare geschrieben haben. Also ich finde es echt cool, dass irgendwie so ein paar Stamm-Abonnenten irgendwie immer da sind. Und ja, mal schauen, wohin der Kanal uns jetzt noch führt. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das nächste Video kommt erst übermorgen, damit ich vielleicht auch wieder Videos machen kann. Bis dahin, sodass ich dann die Tage darauf wieder Videos veröffentlichen kann. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.